Musik Hut ab vor diesem Buch. Ich liebe dieses Buch, weil es für mich drei wichtige Eigenschaften von einem guten Bilderbuch vereint. Es ist eine komplexe Geschichte, raffiniert und vielschichtig illustriert und sorgfältig gestaltet muss sie sein. Das Buch erzählt das Leben von Hans Christian Andersen. Auf einer Kutschenfahrt nach Kopenhagen begegnet er einem aufgeweckten Mädchen und ihrer Mutter. Das Mädchen Elsa erkundigt sich, wer er sei und was er mache. Andersen gibt bereitwillig Auskunft über sein Leben als Kind eines armen Schusters und seinen Aufstieg als Autor und Erzähler am Dänischen Hof. Und Andersen erzählt Elsa auch von den Märchen, die ihn weltberühmt gemacht haben. Die Zeit vergeht wie im Flug. Und am Ende der Reise meint Elsa, jemand der so schöne Märchen erzählen kann, muss auch zaubern können. Und Andersen antwortet darauf, man muss es zumindest versuchen. Wir haben uns gefragt, warum gibt es eigentlich kein Bilderbuch über Andersen, der doch so viele Bilderbücher mit seinen Märchen inspiriert hat. Und war nicht auch sein Leben fast wie ein Märchen? Heinz Janisch hat diese Idee gefallen. Und er hat diesen Text zwischen Märchen und Wahrheit über Andersen geschrieben. Viel länger hat es gedauert, bis wir die richtige Illustratorin für dieses ambitionierte Buch gefunden haben. Maja Kastelitsch. Ich habe sie ein Jahr zuvor in Bologna kennengelernt. Ihr erstes Buch, Luftigrus, ist damals gerade auf Deutsch erschienen und hat mich sehr beeindruckt. Mit Andersen haben wir schließlich ein Thema gefunden, das sie für Nord-Süd illustrieren wollte. Maja hat von Anfang an erkannt, was für eine spannende Herausforderung es ist, dieses Buch auf den unterschiedlichen Zeitebenen zu erzählen. So hat sie die Kutschenfahrt von Andersen und Elsa in heitere, sonnige Farben getaucht. Andersens Erinnerungen an sein Leben und seine Kindheit sind in einfachen Sepia-Tönen gehalten. Und Maja benutzt dabei Elemente aus der Comic-Sprache, um diesen Bildteil zu illustrieren. Eine wahre Augenweide sind die Panoramabilder, mit denen sie die Schlüssel-Szenen aus Andersens Märchen gezeichnet hat. In diesen Szenen tauchen auch Elsa und Andersen als ihr fürsorglicher Begleiter auf, neben ein paar anderen Figuren, die einem bekannt vorkommen können. Als Maja ein Jahr später und wieder in Bologna eine ganze Mappe mit Illustrationen auf unserem Tisch ausgebreitet hat, war unsere Begeisterung so unüberhörbar, dass wir damit sogar die Aufmerksamkeit des Nachbarstandes erregt haben. Die dritte Ebene schließlich, die diese Geschichte zu einem beglückenden Leseerlebnis macht, ist die sorgfältige Gestaltung und Ausstattung des Buches. Unsere Grafikerin hat zusammen mit der Illustratorin daraus ein kleines Gesamtkunstwerk gestaltet, das auch von der Stiftung Buchkunst besonders gelobt worden ist. Als das Buch schließlich im Frühjahr 2020 erscheinen konnte, hat leider der erste Lockdown in einiges an Aufmerksamkeit entzogen. Umso mehr freut es mich, dass wir inzwischen das Buch in viele Länder als Übersetzung verkaufen konnten. Chapeau! 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 Chapeau!